Ja, ich befürchte Schreckliches und ich will den Jack nicht hängen lassen, deswegen... Hier ist die Nadel, die ist beschützt durch irgendwelche komischen Dingen hier. Ah, äh, sind das das Barrier-Trio? Äh, jeder von ihren Namen ist hier eingraviert. Barrier-Man, Barrier-Gal und Barrier-Dude. Sind die wirklich so stark? Oh mein Gott. Sieht geil aus. Scheiße. Ähm. Ja, ich würde mal ein Schild machen. Ein Psy-Shield. Das sind die Weed gegen Hypnose. Paralyse, Brainschock. Sollen wir mal ihre Offensive downen? Dann... Und du kannst Scary Mask propagieren. Das sind wie eine seltsame Kreatur. Ja, super. Und hat geklappt. 29? Ja, was? Das Shit! Was ist was? Sie haben immerhin die Pose gewechselt. Ist ja geil. Okay. Jetzt... Offensive nach oben. Alle. Dann... Sie. Jetzt haben wir Offense down. Jetzt machen wir Defense down. Auf die. Und du kickst einfach. Und du, Boni, hast doch... Haben die ein Schild? Das könnte man auch noch gucken. Gut gemacht. Also, unsere Offensive geht nach oben. Das sieht ziemlich stark aus. Das ganze Scheiße, Mann. Okay, jetzt müssen wir mal angreifen, denke ich mal. Ähm. Ja, das, das, hey, die Bow haben. Nicht so geile... Ach, das ist scheiße. Sollen wir nochmal Offensive downen? Hey, wir haben schon fast gar keine Energie mehr. Äh, äh, keine Pipis mehr. Haben wir irgendeinen Magic Tart? Jo, geben wir das ihm. Dann... Das kannst du selber essen. Probieren, dass das Ganze geht. Überstudieren. PK Fire Better. Zum Glück. Zum Glück. Also, ich mach da noch nicht das, sondern ich mach noch mal das. Sadie. Soll ich nochmal eine Defense Down machen? Jetzt müssen wir gucken. Sadie die geben. Dann... ... Dann... BK Sander Didn't hit anyone Didn't hit anyone Zum Glück So, was hast du eigentlich für gute Sachen? Du hast ein Beef Jerky Das gegen wir Bow Dann Machst du einfach eine Attacke Keine Ahnung Freeze, machen wir das mal Was soll das eigentlich Sollten wir das schaffen? Okay, machen wir mal eine Sprinting Bomb 100 Ist nicht gerade das Hat nicht gefunktioniert Dissipate Okay, freeze geht gar nicht Ah, nicht die Fans ab Okay Aber haben wir doch da Magic Pudding Das du essen Du kickst einfach Und du Du Wir haben doch noch Pencil Rocket 170 ist nicht so hardcore 40, okay Okay BK Freeze Uh, das Psy Shield vanished Ist nicht gut Was haben wir noch An Psy Haben wir nichts mehr übrig Jetzt gibst du Check das Jetzt klappt es wahrscheinlich Nicht mehr Und die machen Oh shit Ich habe ja kein Schild Oh ja, eben Jetzt müssen wir Unbedingt Alle Richtig Ähm Mach einfach Ne Bombe Ähm Der hat ja gar nichts mehr Der hat nur noch Sex Das ist scheiße Mann Äh Das ist Klingt alles nicht so cool Also ganz langsam Einfach da Vorgehen Also Jack Ist nicht gerade geheilt Oh Die Bombe ist ziemlich cool Fire Aber Jack wird wahrscheinlich Jetzt gerade sterben Gerade sterben Gerade sterben Gerade sterben Gerade sterben Schnell 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 Hat nicht geklappt Scheiße 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 Das schaffen wir Auf Jack Ähm Das ist nicht cool Das ist nicht cool Scheiße Ähm Wer ist denn überhaupt dran? Nee Nicht das Sondern Da machen wir Machen das ganz Kopf Okay Das geht Down Ja Super Also Jetzt müssen wir Mal gucken Mit diesem Lottomil Wir sind ziemlich Schwach Würde ich jetzt mal So sagen Nee Ich glaube Du musst Du kannst Lottomil Hab ich gesagt Und wir Probieren wir das Aus Weil er hat Genügend Energiemoment Du hast eh Keine Energie Du schlägst Einfach zu Und du Hast du noch Was zu essen? Hast du Natürlich Nicht mehr Nein In Diesen Feelings Okay Wir haben immerhin Sci-Shields Wissle Schützen Sollte Okay Was haben wir? Honey Shower Okay Wir suchen einfach die meisten Hier Hier Das Hast du Secret Herb Das hat Wow Dann schlägst du einfach zu Obwohl Wahrscheinlich Naja Super PK Man Ich bin gerade so still Weil ich eben Sehr Konzentriert bin Ich muss da Super Dragonfly Keine Ahnung Was das macht Du kannst Hast du noch Machen wir einfach alles Was wir haben Irgendwie Ja natürlich Hätte ich auch Denken können Was es nicht klappt Scheiße Hat nicht geholfen Okay Also Müssen wir Gucken Recovery We have Nur noch Live Up Auf Das Da Die hat doch Du hast noch Magic Tart Gib mir Ihm Du kickst Einfach Und du Beißt PK Freeze Klingt nicht gut Okay Okay Wir müssen ganz ruhig bleiben Ganz ruhig bleiben Wer hat so wenig Sadie ist das selber Obwohl wir wahrscheinlich Ihre Attacken Besser gebrauchen Könnten Und ich glaube Der hat noch Hat er nicht Natürlich nicht Also Bo Du schlägst einfach Okay 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 Ähm Können wir noch Eine Attacke machen Du kannst die Alpha Attacke machen Was hast du noch Gutes Du hast eben auch Nichts mehr Gutes Ich nehme an Das bringt Auch nichts Ah Du hast ja noch Genügend Ähm Was hilft denn Am besten Gegen diese Penners Du hast nichts mehr Also einfach Hat nicht geklappt Scheiße Uh Sadie Das ist nicht Cool Okay Das hat nicht Geklappt Ah Shit Ähm Shit Ich habe ja nichts Mehr zum Essen Shit Ähm Ich habe aber Cup of Life Nudels Also Stresse ich nicht Sondern gebe Den Cup of Life Nudels Sadie Ähm Du haust einfach Drauf Du haust einfach Drop their Barrier Pose Oh mein Gott Was ist das für ein Kampf Die haben sich Konzentriert Für sicher Für ein Weiß nicht was Für ein Mega Anschlag Ähm Ich kann ja Bin ich Sadie Du musst Irgendwas Ja also Sander war die Scheißigste Idee Scheiße 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 Ich kann mich Auch nicht mehr Heilen Pk Starstorm Geht es noch Mann Scheiße Okay Die Schilder Sind weg Scheiße Okay 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 Konzentration Wir machen einfach Weiter Smash Pk Starstorm Das ist wahrscheinlich Das Ende Ach Scheiße Es war Es war Spectacular Yes Nein Ich glaub's nicht Sehr geil Nee Schau mal mit Wie wenig Energie Ich das Geschafft habe Und das erste Mal Mann Fucking hell 12.000 Geil Aber Wir haben nichts mehr Wir haben einfach Nichts mehr Scheiße Sehr geil Sehr geil Was war das für ein Kampf Aber immerhin Können wir die Weitere Nase Ziehen Also hoffe ich Doch zumindest Nein Scheiße Natürlich Gerade haben sie Gewagt bis die Barrier Boys Weg sind Oh Das Mutterschiff Oder wie Wahrscheinlich Ist da wieder Der maskierte Mann drin Oder Nee Viele haben Da noch Platz Shit Sechs Stück Was War es Ein runden Teppich Oh Natürlich Der maskierte Was passiert Jetzt Der maskierte Mann Das ist Gar Nicht Gut Das ist Nicht Gut Es Glauben Noch Nicht Die Letzte Gipsey gewesen Es gibt noch Einen Nadel Soviel ich Ich weiß Oder Ah und da Sagt sie Kommt Ja Hilft Uns Nee Sieht so Süß Aus Irgendwie Hey Ihr Wie Wollt Wie lange Wollt Ihr Noch Hier Schlafen Das war Überraschenderweise Sehr Enttäuschend Jack Es war Nicht Dein Herz Das Den Dunkeln Tragen Über Übermittelt Wurde Das war Leider Das Dunkle Herz Des Maskierten Mannes Aber Jetzt Können Wir Da Nichts Dagegen Tun Schicksal Aber Es Ist Seltsam Ich Sollte Eigentlich Fühlen Dass Das Herz Von einem Maskierten Mann Von Der Erde Kommen Sollte Aber Ich Fühle Gar Nichts Ich werde Jetzt Verschwinden So Ojo Will Will Euch Wird Euch Um Den Rest Kümmern Ich Habe ihm Gesagt Er Solle Am Strand Auf Euch Warten Ihr Könnt Auf Seinem Rücken Zurück Reiten Nach Tazmeli Ich Gebe Dir Meinen Rasierer Und Meinen Lippenstift Bitte Pass Gut Auf Die Auf Als Wäre Es Sogar Ich Mrs Memento Oh Warte Ich habe Fast Vergessen Etwas Sehr Wichtiges Zu Sagen Könnt Dir Das Ionia Geben Und Du Hast Von Yummy Pickles Super Leckere Gurkenglas Bekommen Es Gibt Doch In Tazmeli Einen Typen Der Die Karten Liebt Oder Er Weiß Wo Ionias Haus Ist Bitte Beeilt Euch Dort Hin Zu Gehen Bringt Das An Ionia Oh Ich Verschwinde Auf Wiedersehen Ja Ich Würde Mal Sagen Da Speichere Ich Doch Mal Und Übergebe Sehr Schön Und Ich Sage Doch Mal Einen Schönen Guten Abend Und Wir Sehen Uns Wenn Es Heißt Jack Oder Shepard 82 Und Ich Buster Flex Spielen Mother 3 Oder Irgendein Anderes Spiel Auf meinem Kanal Ciao